Heute für euch im Test die Krala Sonderking von Pyrofactory. Das sind Saludrohre mit einer NEM von 54 Gramm. Zehn Stück sind drin, also 5,4 Gramm pro Rohr. Und was die Dinger so drauf haben, werden wir uns mal überraschen lassen. Schachtel-Design ist natürlich schon mal mega, wie ich finde. Und ja, damit viel Spaß und bis gleich zur Zündung. Jeden Moment für euch die Krala Sonderking. Krala Sonderking Sehr gute und laute Saludrohre, wie ich sagen muss. Haben auf jeden Fall eine Menge Spaß gemacht. Und damit hoffe ich, das Video hat euch gefallen. Macht's gut, bis zum nächsten Mal und tschüss.